Grüß euch. Im Namen des Gemeinderats der Stadt Bern begrüsse ich euch hier auf der Webseite der Stadt Bern. Auf unserer Webseite findet ihr viel Wissenswertes zum Leben in der Stadt Bern. Unter Themen findet ihr Informationen zum Leben in Bern und zu sozialen Angeboten. Unter Politik und Verwaltung findet ihr Informationen zur Stadtverwaltung und zur städtischen Politik. Aktuelle Nachrichten sind auf der Startseite. Wenn ihr als Gast in Bern seid, findet ihr Informationen unter Zu Gast in Bern. Auf der Webseite findet ihr auch einen elektronischen Stadtplan der Stadt Bern. Bern möchte eine Stadt für alle sein. Es ist für uns wichtig, dass sich auch gehörlose und hörbehinderte Menschen in Bern wohlfühlen, dass sie am städtischen Leben teilnehmen können und dass sie ihr eigenes Leben selbstständig gestalten können. Wir möchten euch dabei unterstützen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Unsere Website ist grundsätzlich schriftlich. Wir möchten aber in Zukunft immer mehr Informationen in Gefährdensprache zur Verfügung stellen. Das Video ist in diesem Sinn nur ein Anfang. Weitere Videos werden hoffentlich folgen. Ihr könnt uns dabei unterstützen, indem ihr uns eure Wünsche mitteilt. Es ist selbstverständlich, dass ihr euch beim Besuch auf einer städtischen Amtsstelle von einer Gebärdensprachtolmetscherin begleiten lassen. Wir werden uns bemühen, Kommunikationsbedingungen so angenehm wie möglich auszugestalten. Wenn die Kosten für euch ein Problem sind, bitten wir euch, vorgängig mit der betreffenden Amtsstelle Kontakt aufzunehmen. In der Stadt Bern gibt es eine Fachstelle für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Ihr findet die Webseite der Fachstelle unter «Themen» und «Behinderung und Invalidität». Wenn ihr Anliegen an die Stadtverwaltung habt, könnt ihr euch direkt an die Fachstelle wenden. Ich wünsche euch einen angenehmen Besuch auf unserer Webseite. Wenn ihr euch dort schaut, muss ihr euch direkt an die Stadtverwaltung gehen? Oder wenn ihr euch seht, wann ihr euch die Gebärdensprache ist? Ja, wir sehen euch schon mal oder wie du Nothing. Das ist auch ¶. Wir sehen uns beim nächsten Mal.